So, hallo. Jetzt geht's weiter. Ich muss mich ja ranhalten, dass ich mit den Folgen hinterherkomme, weil meine unglaublich große Abonnentenschar, die muss ja wohl irgendwie glücklich sein oder so. Völlig wurscht. Ich mach das hier, weil es Spaß macht und weil ich das total lustig finde. Und irgendwie verirrt sich ja mal der eine oder der andere. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Da verirrt sich einer mal auf so einer Seite. Ich hab das aber geschafft für das zweite Video, was ich da reingestellt habe. Immerhin sage und schreibe, 100 Klicks zu haben. Ich frag mich, wie? Moment mal, Leute. Da waren aber schon. Warten jetzt. Ich bin jetzt nicht über den Quicksafe hier rausgegangen und... Hab den irgendwie... Ah! Überschrieben. Scheiße. Oh, ich krieg noch mal eine Taktik bei dem Spiel. Stopp. Ich hab irgendwie den Spielstand überschrieben. Moment mal. Oh Gott. Kann ja nicht sein. Erster Tod. Ja, komm hier. Das große Sterben. Ach gut. Warte mal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das alles schon mal gemacht haben. Oh Mann, ja. Ich glaub, ich bin hochbegabt. Moment. Moment. Oh Gott. Ich guck mal. Das war jetzt von eben. Moment. Und dann hatte ich nur noch den da unten. Jo. Das ist jetzt ein ziemlich alter Verwalter. Da spinne ich schon total. Müsst du mir vielleicht mal meine eigene letzte Folge angucken. Kann ja nicht angehen. Ich hab zwischendrin mit den anderen ein bisschen geguckt. So ähnlich. Ich hab jetzt so ein kleines Problem. Ich glaub, ich muss mir meine eigene Folgen mal angucken, wo ich überhaupt stehen geblieben bin. Aber ich könnte schwören, hier war ich überall schon. Weil natürlich keine Garantie dafür ist, dass es jetzt schneller geht. Und einfacher und besser. Ja, natürlich. Das hab ich doch alles schon gemacht. Ach du. Das große Grauen hier. Tatsächlich. Das hab ich alles schon gemacht. Aber das müsste doch irgendwie... Ich hatte doch gespeichert immer. Ich hab da immer bei uns drauf gespeichert. Sehr witzig. Und dann von mir. Mein Gott. Manchmal ist es schwer, mich selber zu ertragen. Egal. Egal. Ich stütze mich jetzt aufs Leiterverzweiflung da rein. Genau. Kann ja nicht angehen. Warte mal. Doch, das kann doch stimmen. Ich hab das auch alles schon mal gemacht. Aber nicht mit denen hier, glaub ich. Na, wir gucken mal. Ich hab nämlich mit den anderen so ein bisschen versucht, vorzuforschen. Aber wie ihr seht, bin ich total durcheinander wieder mal. Und schnell so gut wie gar nichts. Ah. Jo. Glücklich ist. Wer vergisst. Was nun mal nicht zu ändern ist. Ganz toll. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Entweder hab ich's schon gemacht oder ich hab's noch nicht gemacht. Oder keine Ahnung. Ja, wenn China da ist. Gibt's zum Glück auch keine Kommentare. Das fand ich jetzt toll, was ich da gemacht habe. Oh, man hat Licht halt wieder an. Was ist noch um die Ecke rum? Sehr witzig. Das war jetzt blöd, was ich da gemacht habe. Mann. Konfusione. La grande Konfusione. Wenn ich das Licht anmache, dann hauen die doch wieder ab. Wo ist denn jetzt mein Totenkopf, mein anderer? Der ist doch wohl nicht so einfach so verschwunden. Kann ich angehen. Moment. Drück mal wieder hier aus. Dass das Licht ausgeht. Ne. Das wird jetzt weg. Komm mal her. Du hattest doch da so viele Schilde. Leg mal einfach so ein Schild da drauf. So. Hier da drauf. So. Das ist schwierig. Mal mal da. Hm. Wenn ich jetzt nicht so oberschlau wäre, würde ich natürlich behaupten, dass da jetzt ja irgendwie die Tür aufgehen müsste. Aber gut. Warte, da ist noch so ein Schild. Lass mich da. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Das war's. Ja. Ich hab die Tür aufgekriegt, Leute. Ich hab die Tür aufgekriegt. Ich hab die Tür aufgekriegt. Und ein Geheimnis. Guck mal her. Mr. Fackelmann. Vielleicht sollten wir die mal tauschen, ja. Außerdem darf er sich seinen Totenschädel hier wieder mitnehmen. So. War jetzt ja nicht so schlecht. Immerhin haben wir noch ein bisschen was gefunden. So. Und hier kümmer ich mich jetzt nicht weiter drum. Es sei denn... Ah! Nein! Oh, die Eisen-Drecher. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich bin so grausig, diese Viecher. Macht nicht platt. Einfach nur platt. Macht nicht einfach nur platt. Oh mein Gott. Ich find die so schlimm. Aber wirklich sowas von schlimm. Aber diesmal haben sie mich nicht vergiftet. Das geht ja schon. Ist da auch noch eine? Nein. Da ist jetzt keine mehr. Okay. Was mir total unklar ist. Dass das mit diesem Knopf da ist. Weil das Ganze ist doch eigentlich so. Ich brücke hier drauf. Ich renne da hin. Halt umdrehen. Nein, das war zu weit. Ah! 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 Das jetzt wieder mal total. Komm hier nach oben hin. Mal sehen. Erstmal alle auffüllen. So. Nochmal. Ich schaffe es nicht, nochmal wieder runter zu kommen. Hat sich jetzt hier unten was verändert? Irgendwelche geheimen Welten. Äh. Ist nichts anders. Okay. Wir können gleich nochmal versuchen mit Licht. Ich gucke jetzt erstmal, wie es jetzt oben da ist. Also den Knopf muss man irgendwie drücken. Selbst auf die Gefahr, dass man in die Grube fällt. Dann geht hier eine Tür auf. Spinner? Nein. Secret. Mana. Turm auf Herz. Hört sich gut an. Was steht da so drin? Oh, die hat jetzt 25 Leben dazu gekriegt. Oder Gesundheit. Das finde ich ja ganz toll. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir vielleicht vorher überlegt, wem ich das gäbe. Aber gut. Die steht in der ersten Reihe. Warum nicht? Und bei mir muss sie ja stehen. Und was abgüllen. Weil. Ich bin ja so wahnsinnig flexibel. Ich renne immer ran. Fröhlich hin und her. Weiche meinen Gegnern aus. Ein Stein. Ja komm, wir kriegst du gleich mal in die Hand. Denk mal den dann noch raus. Ja. Manchmal habe ich doch sowas wie ein Gedächtnis. Aber ich bin trotzdem zu langsam. Ja. Nochmal. Komm. Ja, wie blöd ist denn da die hier? Also nochmal. Rein, rum, 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 rum. Weiß ich nicht. War nicht ganz richtig. Hallo? Wo ist mein Stein? Braucht er was zu schmeißen? Ach ja. Okay. Nein. Weiß ich nicht. Nein. Irgendwie. Manchmal überziehe ich hinaus. Wunder. So ist es. Eine Giftbombe. Ja. Kannst du haben. Hm. Na gut. Steine immer zur Sicherheit. Steine immer zur Sicherheit. Hä? Ah, 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 ah. So, ich nehme mal die Wurzel noch. Und wie komme ich jetzt da rein? Das ist die nächste Frage. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Das letzte Mal da war ja wenigstens so ein Kopf. So ein seltsamer. Das ist eine Grube. Ähm, ja. Scheint mich jetzt nicht weiter zu bringen. Könnte man mir mal bitte sagen, wie diese Tür dann hier aufgeht? Nicht. Warte mal, vielleicht. Oh, da ist keine Strippe dran. Ähm. Ja, nee, vielleicht. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ich komme doch nicht da lang. Das kann nicht gehen. Ach, du Kacke. Moment. Nee, das kann so nicht gehen, also. Oder doch. Was mache ich denn jetzt? Versuch mal rauszufinden, wo man hinfällt, wenn man da reinfällt. Oder doch nicht. Warte mal raus. Nee, das kann so nicht gehen. Nein, das kann so nicht gehen. Das ist ja sehr aussichtsreich. Das ist ja eine andere Weisheit. Der kommt immer da drauf. Uiuiuiuiui. Der steht schon hier. Nein, Mist, das ist falsch. So, dann auf. Renn, 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 renn. Oh, boah. Boah, ich hab's geschafft. Ich bin selber ganz fasziniert von mir. Man nennt mich Wunderblume. Ja, das war doch richtig gut. Also, das war eine Glanzleistung. Moment, das speichere ich doch erstmal ganz schnell. Doch, also ganz ordentlich habe ich das gemacht. Richtig schön. Jetzt kommt so ein Schriftzug, wie bei meinen Wimmelbildern immer. Das hast du ganz toll gemacht. Wenn ich das von Zeit zu Zeit zu sehen kriege, spiele ich übrigens diese Wimmelbilder. Weil ich das so toll finde, wenn mich mal jemand... Oh, zwei Pfeile. Die kriegst du erstmal. Das ist überhaupt ein Bogen. Ja, der hat einen Bogen. Wieso habe ich das Gefühl, wenn ich die jetzt kaputt mache, kommt gleich eine Spinne, die ist stinke-sauer und weint um ihre Kinder. Und warum fackelt meine Fackel so? Nein, die flackert so. Halt, stopp, nein, nicht. Nee, das Licht da hinten ist ein Finte. Ach, du liebes Gäßchen. Ich renne dann hier im Stockdunkeln rum. Ja, ganz großes Glück hat man wieder einmal. Hallo? Wer hat mir Glückspilze auf die Stirn tätowiert? Das geht ja wohl hier nicht so, ne? So. Mir bleibt nichts anderes übrig, als durch diese Tür da zu gehen. Gut. So tun wir denn, was wir nicht lassen können. Oder wo wir halt nicht drum rum kommen. Oder so. Ach, du meinst. Eine Spinne ist uns schon begegnet. Zwei Spinnen sind uns schon begegnet. Eieieiei. Kuckuck. Da kommt ihr kleinen verpennerten Dinger. Sitzt doch bestimmt da irgendwo in der Gegend rum. Und wartet nur auf mich. Ach, du Scheiße. Links geht's lang und rechts geht lang. Ja, klar. Hallo. Aus welcher Ecke kommt jetzt die Spinne? Ich weiß ganz genau, dass da irgendwo eine sein muss. Habe ich eine gehört? Ja, ich habe sie gehört. Ach, du Schmeiß, was du hast hier immer drauf. Ach, du Schmeiß, was du hast hier immer drauf. Alter. Sind die auch noch vergiftet? Nein. Ich höre die. Die sind dahinter. Nein, zum Glück kein Schlüssel. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das hier, ich glaube, ich speichere jetzt mal. Und dann schlafe ich jetzt einfach ein bisschen, wenn die vergiftet sind. Muss mich jetzt, glaube ich, echt mal dafür interessieren, wie das ist.